Ton läuft, Bild läuft, Kamera läuft und dann schauen wir mal. So, das ist hier die Burden-Greis-Diebrücke, Taubertal, keine Ahnung. So, 80 Meter, die Brücke ist ca. 100 Meter hoch. Die Brücke ist ca. 100 Meter hoch. Die Brücke ist ca. 100 Meter hoch. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018